Erinnerung an die Maria An jenem Tag, im blauen Mond September, still unter einem jungen Pflaumenbaum, da hielt ich sie, die stille, bleiche Liebe, in meinem Arm wie einen holden Traum. Und über uns im schönen Sommerhimmel war eine Wolke, die ich lange sah, sie war sehr weiß und ungeheuer oben, und als ich aufsah, war sie nimmer da. Seit jenem Tag sind viele, viele Monde geschwommen still hinunter und vorbei, die Pflaumenbäume sind wohl abgehauen, und fragst du mich, was mit der Liebe sei? So sag ich dir, ich kann mich nicht erinnern, und doch, gewiß, ich weiß schon, was du meinst, doch ihr Gesicht, das weiß ich wirklich nimmer, ich weiß nur mehr, ich küßte es dereinst. Und auch den Kuss, ich hätt ihn längst vergessen, Wenn nicht die Wolke da gewesen wär, die weiß ich noch, und werd ich immer wissen, sie war sehr weiß und kam von oben her. Die Pflaumenbäume blühen vielleicht noch immer, und jene Frau hat jetzt vielleicht das siebte Kind, doch jene Wolke blühte nur Minuten. Und als ich aufsah, schwand sie schon im Wind. Erinnerung an die Marie A. Über kaum ein deutsches Gedicht wurde so viel geschrieben wie über dieses, und es hat sicher von allen den längsten Wikipedia-Artikel. Das liegt sicher nicht daran, dass es so tiefgründig wäre, sondern eher daran, dass es so provokativ ist und weil man so gerne Brechts Frauengeschichten nachspürt. An jenem Tag im blauen Mond September, still unter einem jungen Pflaumenbaum. Der Pflaumenbaum ist jung wie die beiden, die unter ihm liegen, Marie A. und der Erzähler. Da hielt ich sie, die stille, bleiche Liebe, in meinem Arm wie einen holden Traum. Marie wird eher als eine Liebe im Sinne von Affäre dargestellt. Der Traum ist etwas, das wieder verschwindet, und man wird sich nur schemenhaft daran erinnern. Auch wenn sich still und bleich auf Liebe bezieht und holdt hier auf Traum, die Zusammenstellung der Adjektive still, bleich und holdt klingt vor allem danach, dass Marie A. wohl ein harmloses Mädchen ist, das nicht viel Eindruck beim Erzähler hinterlässt. Und über uns im schönen Sommerhimmel war eine Wolke, die ich lange sah. Sie war sehr weiß und ungeheuer oben, und als ich aufsah, war sie nimmer da. Ist diese weiße Wolke ungeheuer oben ein Ausdruck für Glücksgefühl? Für eine kurzlebige Hochstimmung vielleicht, mehr wohl nicht. Vor allem sticht sie besonders aus dem Himmelsblau hervor, und deshalb nimmt er sie wahr. Zwischendurch sieht er sie nicht. Wir können uns denken, warum. Aber nachher blickt er wieder auf, und die Wolke ist verschwunden. Seit jenem Tag sind viele, viele Monde geschwommen, still hinunter und vorbei. Die Pflaumenbäume sind wohl abgehauen. Und fragst du mich, was mit der Liebe sei? Also Jahre später. Die Antwort auf die Frage, was mit der Liebe sei, wird damit, dass die Pflaumenbäume wohl schon gefällt seien, bereits angedeutet. So sag ich dir, ich kann mich nicht erinnern. Mit dieser Form des Vergehens haben wir nicht gerechnet, zumal es sich geradezu paradox zum Titel verhält, der doch eine Erinnerung an Maria verspricht. Was er fühlte, ist für ihn einfach vergessen. Und doch, gewiß, ich weiß schon, was du meinst. Der Frager kann sich wohl nicht vorstellen, daß man ein Mädchen küsst, umarmt, vielleicht noch mehr, und dann kann man sich nicht erinnern. Wie kann so etwas so wenig bedeuten? Doch ihr Gesicht, das weiß ich wirklich nimmer. Ich weiß nur mehr, ich küßte es dereinst. Das ist wenig. Nur an die Tatsache, daß er sie küßte, erinnert er sich. Nichts von der Person, nichts vom damit verbundenen Gefühl, hat einen erinnerbaren Eindruck hinterlassen. Und auch den Kuss, ich hätt ihn längst vergessen, wenn nicht die Wolke da gewesen wär. Die weiß ich noch und werd ich immer wissen. Sie war sehr weiß und kam von oben her. Der bleibende Eindruck, der vom Erlebnis blieb, ist also, daß da etwas vorhanden sein kann, eine Wolke, und wieder verschwunden sein kann. Daß die Wolke weiß war und von oben her kam, hat sicher nicht die Bedeutung, daß hier ein höheres Zeichen gegeben wurde. Wenn mit weiß und von oben auf Göttliches angespielt wird, dann wohl nur in der provokativen Absicht zu zeigen, daß es solche Zeichen genauso wenig gibt, wie die entsprechende höhere Macht, die sie aussendet. Die Pflaumenbäume blühen vielleicht noch immer. In der zweiten Strophe wurde noch vermutet, daß sie abgehauen sind, also ist es ihm im Grunde genommen auch egal. Und jene Frau hat jetzt vielleicht das siebte Kind. Eine kinderreiche Familie ist nicht etwas, daß dem Erzähler Respekt abnötigen würde. Die Möglichkeit, daß sie siebenfache Mutter sein könnte, ist eher Ausdruck dafür, wie fremd sie ihm jetzt wohl ist, wenn sie es nicht schon immer war. Doch jene Wolke blühte nur Minuten, und als ich aufsah, schwand sie schon im Wind. Das Besondere an der Erinnerung ist also, daß einem ein Mensch und eine Intimität so gleichgültig sein können, daß man sie einfach vergessen hätte, wenn dann nicht die Wolke dieses Vergessen schon vorgeführt hätte. Ein provokatives Gedicht, daß die Verurteilung des Erzählers als herzlosen Menschen geradezu herausfordert. Ein Gedicht, daß aber auch sozusagen fragt, mit welchem Recht. Es berichtet eine Erfahrung und teilt die Verwunderung darüber, daß so etwas möglich ist, mit. Zudem ist es auch die Frage, wie ernst man den Erzähler oder auch den Autorbrecht selbst in dieser Hinsicht überhaupt nehmen muß. Vielleicht sollen wir nicht mehr als provoziert werden mit der Behauptung, daß eine verschwindende weiße Wolke hoch oben am blauen Himmel mehr bedeuten kann als eine Liebe. und damit die Verwunderung Vielen Dank. Vielen Dank.